Der Schallkopf ist über den knöchernen Vorsprung der Spina Iliaca Anteriorsum. Der Schallkopf wird leicht gegen den Uhrzeigersinn gedreht, sodass eine Seite auf der Spina Iliaca Anteriorsuperior ruht und die andere Seite auf den Nabel zeigt. Die mediale Seite des Schallkopfes wird langsam nach oben und nach unten geführt, wobei der knöcherne Darmbeinkamm Christa Iliaca im lateralen Teil des Ultraschallbildes verbleibt. Die Strukturen der vorderen Bauchwand sollten von der Oberfläche bis in die Tiefe identifiziert werden. Einschließlich des Fettgewebes, des Musculus Obligus Externus Abdominis, des Musculus Obligus Internus Abdominis und des Musculus Transversus Abdominis. Ein vierter Muskel, der Musculus Iliacus, kann zuweilen unter dem Musculus Transversus Abdominis dargestellt werden. Die Nerven befinden sich zwischen den Muskelschichten von Musculus Obligus Internus Abdominis und Musculus Transversus Abdominis. Sie erscheinen unter Umständen nur als echoreiche Verdickung zwischen diesen beiden Muskeln oder als dunkle, echoarme, ovale Strukturen mit einer hellen, echoreichen Verkleidung. Die Nerven sind sehr eng mit dem Darmbeinkamm Christa Iliaca verbunden. Die Nadel kann unter Anwendung der Langachsentechnik in Plane oder der Kurzachsentechnik out of Plane vorgeschoben werden. Bei der Verwendung der Langachsentechnik wird die Nadel ein bis zwei Zentimeter medial des Schallkopfes positioniert und unter ihm vorwärts geschoben. Der Endpunkt der Nadel liegt zwischen Musculus Obligus Internus Abdominis und Musculus Transversus Abdominis. Das Lokalanästhetikum wird nach und nach nahe den Nerven injiziert.